Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute befassen wir uns mal mit einem Urgestein in der Linux-Geschichte und zwar Knoppix von Klaus Knopper. Kurz hier zusammengefasst, Knoppix ist eine komplette Zusammenstellung von Linux-Software. Im Prinzip ist es gedacht als Live-System. Gibt es in zwei verschiedenen Größen, einmal als CD, also sehr minimalistisch und dann eben auch als DVD und damit sehr üppig ausgestattet mit diverser Software. Und der gute Herr Klaus Knopper, das ist mir ein bisschen zu hell. So, der gute Herr Klaus Knopper, das ist er, ist Professor, also Professor Dippel-Ink an der Hochschule Kaiserslautern und der lehrt im Prinzip auch alles, was mit IT, Open Source und so weiter zu tun hat. Es ist quasi Lehrgebiet Software Engineering. So sieht der gute Herr aus. Das ist ein etwas älteres Foto von 2009. Inzwischen ist er ein kleines bisschen grauer geworden. So, aber die Webseite existiert natürlich noch einfach auf knoppix.de. Wird man dann umgeleitet auf knopper.net slash knoppix. So, bei dir wird die Seite wahrscheinlich strahlend weiß sein. Ich habe hier mal den Dark Reader drin, aber ich finde das einfach viel zu hell. Okay, deswegen ist es jetzt ein bisschen dunkler. So, ein bisschen größer. Sehr schön. So, und ja, die Webseite selber hat noch so 90er Jahre Vibes, also sieht noch sehr altbacken aus. Ist aber trotzdem sehr schnell und funktioniert ganz normal. Und da kann man sich dann sämtliche Informationen holen zu dem Betriebssystem und zu dem Knoppix-Projekt als solches. Es ist möglich, die Knoppix-CD zu bestellen als CD oder DVD und sich diese dann auch zusenden zu lassen. Ob das heutzutage noch notwendig ist, wage ich eher zu bezweifeln. Aber der gute Herr Knopper, der bietet das Ganze auf jeden Fall an für die, die es brauchen. Unten steht auch noch mal die Chemnitzer Linux-Tage. Da hat er die Version 9.3 vorgestellt von Knoppix. Allerdings ist es diese auch noch nicht zum Download verfügbar, was zwar schade ist, aber überhaupt nicht so schlimm. So, und dann gehen wir hier einfach mal auf Download. Und dann wird man quasi erschlagen von diversen Links oder Download-Möglichkeiten. Es ist im Prinzip ganz einfach. Als allererstes schaust du, welche dieser Universitäten oder ähnliches bei dir in der Nähe sind oder vielleicht auch in der Vergangenheit schon mal ganz gut funktioniert hat. Ich nehme zum Beispiel mal sehr gerne NetCologne. Das ist immer sehr, sehr schnell. Und dann kann man hier entsprechend dann die Sachen, die Links anklicken. Wir bleiben mal jetzt hier zum Beispiel bei NetCologne als Beispiel. Hier gehe ich auf HTTP. Dann muss man hier eine Nutzungsvereinbarung akzeptieren. Da einfach auf Akzeptieren. Und dann wird es sehr klein. Ich mache mal wieder ein bisschen größer. So, das ist jetzt quasi der NetCologne-Server. Sieht man hier oben auch. NetCologne.de. Und hier gibt es dann die zwei Ordner. Einmal Knoppix CD und Knoppix DVD. Aktualisiert sogar 5. März. Also es ist jetzt nicht so alt, auch wenn es immer noch die Version 9.1 ist. So, das wäre jetzt hier die CD-Version. Ich scrolle mal wieder raus. Das ist eine sehr, sehr lange Liste. Da muss man dann ein bisschen gucken, dass man sich dann im Prinzip einfach das neueste Datum hier raussucht. Das wäre jetzt hier zum Beispiel der 25.01.21. Und dahinter steht noch das Kürzel EN oder DE. Also Englisch oder Deutsch. Und dann entsprechend hier auf Deutsch. Auswählen. Gehe jetzt aber mal wieder zurück. Und gehe auf DVD. Hier ist quasi analog dasselbe. Und dann sehen wir hier dann Knoppix. Also 9.1 DVD. Dann hier DE ISO. Die nehme ich. Einfach draufklicken. Dann wird das Ganze heruntergeladen. Ich habe das Ganze schon runtergeladen. Ich kann ja trotzdem nochmal draufklicken. So, einmal draufklicken. So, und das sind halt 4,4 Gigabyte. Das ist also wirklich sehr, sehr groß. Wer jetzt also nicht so eine schnelle Internetverbindung hat, der sollte sich am besten die CD nur runterladen. Die ist glaube ich nur 700 Megabyte groß. Also 1 Gigabyte knapp. Ja. Und ansonsten, ja, bei mir dauert das hier tatsächlich nur ein paar Sekunden. Ich werde das jetzt mal abbrechen. Obwohl, nee. Ich lasse es durchlaufen. Wir machen es nochmal. So, während der noch am runterladen ist, möchte ich mal noch auf ein kleines Gimmick hier aufmerksam machen. Wenn man hier die Liste jetzt mal so durchgeht, sieht man, dass hier auch noch andere Dateien auf dem Server liegen. Unter anderem eine, die sich nennt, roll nochmal schön hoch, hier, knoppixcheatcodes.txt. So, einmal draufgeklickt, öffnet sich im Prinzip diese Textdatei. Und hier hat man wunderbar so diese Kurzbefehle für den Bootloader, für den Knoppix Bootloader, die man dann eben nutzen kann. Zum Beispiel, wenn man die Sprache ändern möchte, gibt man dann einfach ein, als Bootparameter, knoppix, lang, ist gleich und dann zum Beispiel ch. Wer aus der Schweiz kommt, ja, da wird dann sowohl die Sprache als auch das Tastaturlayout entsprechend angepasst, automatisch, wenn man das so eingibt. Oder wenn man jetzt das Keyboardlayout separat ändern möchte, zum Beispiel, weil man zwar eine deutsche Oberfläche haben möchte, aber ein US-Keyboard hat, dann kann man einfach eingeben, Knoppix Keyboard ist gleich US und X-Keyboard US auch, damit sowohl in der Konsole als auch auf der grafischen Oberfläche das US-Layout dann entsprechend angezeigt wird. Und da gibt es dann hier so einige Parameter, die man dann hier tatsächlich konfigurieren kann, auch zum Thema Hardware und Maus, falls es da Probleme gibt. Ja, hier kann man dann auch den Desktop auswählen, KDE, GNOME. Hier steht jetzt ICE WM, Luxbox Openbox, LAS WM, EVIL WM und TWM. Sehr interessant. Standard Desktop Umgebung ist LXDE. LXDE ist der Standard, wer aber halt andere Umgebungen und Fenstermanager starten möchte, kann das dann einfach beim Start mit eingeben als Startparameter, also Knoppix Desktop und dann entsprechend den Desktop, den man dann eben haben möchte. Hier kann man dann noch mit der Grafikkarte noch ein bisschen Sachen nachladen, zum Beispiel ein paar Kernelmodule, wie zum Beispiel den Nouveau-Betreiber, falls man eine NVIDIA-Grafikkarte hat und noch viele mehr. Man kann hier ja vor den Forensik-Modus starten. Da wird dann nur der Swap geladen quasi, dann wird das System im Swap geladen. Das ist für Datensicherung und Forensik sehr, sehr wichtig, dass da keine Daten durch Schreiben und Lesen kompromittiert werden. Man kann ein Image, ein Persistenz-Image laden oder erstellen und vieles, vieles mehr. Hier wird das Ganze dann auch nochmal erklärt. Das ist im Prinzip quasi eine sehr, sehr schöne Readme. So ein Cheatcode finde ich echt cool, dass es das tatsächlich gibt. So, der Download ist mittlerweile hier beendet. So, wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir hier die Knoppix DVD. Und ich selber nutze gerne hier dann Balena Etcher. Das wollen wir mal probieren. Etcher. So, hier. Ja, hier ist zu empfehlen, diese DVD eben nicht auf dem Ventoy-Stick zu installieren, weil das manchmal nicht funktioniert, will ich mal vorstellen. Es kann funktionieren, aber es funktioniert nicht immer. Das liegt daran, wie die ISO eben aufgebaut ist. Dann hier einfach Flash from File. Dann die Knoppix ISO auswählen. Als Target haben wir hier den Sandisk Cruiser. Das ist mein Stick, der jetzt drin ist. Da steht schon Knoppix 9. Da habe ich bereits Knoppix jetzt schon drauf, weil ich habe das erstmal vorher ausprobieren müssen. Und dann einfach auf Flash drücken und dann abwarten, bis er fertig ist. Und wenn er dann fertig ist, dann einfach den USB-Stick in den entsprechenden Rechner rein, der Knoppix eben starten soll. Und das machen wir jetzt mal. So, den Rechner, meinen Laborrechner, den werde ich jetzt hier mal starten und direkt in das Boot-Menü quasi reingehen, in den UEFI Bootloader vom Rechner selber. Und da wähle ich dann hier jetzt einfach den Sandisk Cruiser aus. Das ist der USB-Stick. So, und hier befinde ich mich jetzt im Prinzip in dem Boot-Menü. Und ich drücke jetzt einfach mal F2. Und mit F2 kann ich jetzt hier schon mal sehen, was ich dann alles so verfügbar habe, was ich jetzt quasi alles machen kann. Welche Boot-Optionen ich hier schon eintragen kann. Und dann gibt es dann noch die F3-Taste. Wenn ich die jetzt drücke, dann kommt im Prinzip das, was wir eben schon in dem Cheat-Sheet gelesen haben, allerdings ein bisschen verkürzt, mit den wichtigsten Boot-Parametern, wie zum Beispiel der Sprache oder eben auch der Desktop-Auswahl. Die Bildschirm-Auflösung, die wird sich aber gleich automatisch hier setzen. Solltest du Knoppix jetzt hier über eine virtuelle Maschine starten, da wird die Auflösung nicht automatisch angepasst. Hier solltest du dann gucken, welche Auflösung du haben möchtest. Und dann entsprechend bei Screen Resolution einfach entsprechend die Auflösung hier schon vorher einstellen. Das machst du ganz einfach mit Knoppix. So, Knoppix, Screen, dann ist gleich. Okay, hier ist die englische Tastatur jetzt noch im Boot-Modus drin. Das heißt, rechts neben der SZ-Taste, das sind diese Apostroph-Tasten, da befindet sich dann das Ist-Gleichzeichen, alternativ. Ja, und dann einfach zum Beispiel 19, 20 mal, ne, X mal und dann 10, 80, zum Beispiel für eine Full-HD-Auflösung. Ja, und dann kann man noch die Bit-Tiefe auch noch entsprechend angeben. So, das werde ich jetzt hier aber mal nicht eingeben, weil ich möchte, dass er das bei mir hier automatisch lädt. Man kann von hier aus auch die Knoppix-Installation direkt auf eine Festplatte flashen oder kopieren. Das würde dann funktionieren mit dem Befehl Knoppix und dann 2HD ist gleich und dann entsprechend slash, dev, slash und hoch, slash, dev, slash und dann eben nvme0p5 oder so. Je nachdem, welche Festplatte du hast, wo du es dann hinkopieren möchtest, kannst du es direkt von hier aus auch schon auf eine Platte flashen. Das ist eigentlich ganz cool, falls du mehrere Festplatten mit Knoppix ausstatten möchtest, kannst du von hier aus das gleich direkt starten, ohne dass du erst die ganze Oberfläche startest. Gut, wir starten jetzt aber die Oberfläche. Falls du da jetzt hier nichts gedrückt hast, wird der dann automatisch starten. Also ich drücke jetzt einfach nur die Enter-Taste. So, und schon lädt er Linux 64, der hat also ein 64-Bit-System erkannt und lädt das jetzt auch ganz automatisch. Dann kommt jetzt hier die Hardware-Erkennung und dann auch gleich ein Sound, wo eine Computerstimme sagt, Bootloader oder Boot Initiator oder Start-System initiated. Das hören wir jetzt hier nicht, weil das Audio leider nicht über den HDMI-Anschluss hier läuft, sondern über den internen Lautsprecher. Deswegen hören wir das jetzt hier gerade nicht. Gut, und es ging dann doch recht zügig. Je nachdem, wie schnell dein Rechner ist, kann das auch eine Weiche dauern, ehe Knoppix dann geladen ist. Und damit ist eigentlich Knoppix schon so gut wie fertig. Im Prinzip ist das jetzt ein völlig fertiges System. Allerdings kannst du natürlich hier nichts speichern und festschreiben. Es gibt aber die Möglichkeiten, dass du zum Beispiel auf deinem USB-Stick, falls du das auf dem USB-Stick geflasht hast, ein persistentes Volumen anlegst, quasi ein Persistenzvolumen, sodass du dann auch Sachen speichern kannst, direkt auf den Stick, zum Beispiel persönliche Dokumente. Was vielleicht sehr wichtig ist, es gibt hier keinen Benutzer. Es gibt den Standardbenutzer Knoppix. Der enthält aber auch kein Passwort. Und für alles das, was ich hier ausführe, bin ich in der Regel Standard-User, auch Root-User. Ja, ich bin Root. So, man sieht jetzt hier wunderbar die Effekte, die tollen Effekte. Das ist auch sehr schön. Ich kann wirklich empfehlen, das Knoppix dann einfach mal auf einem echten Rechner auszuprobieren, also auf Bare Metal, nicht in einer virtuellen Maschine. Weil so kommen dann diese Compass-Effekte oder die Compass-Fusion-Effekte dir, wo das Logo jetzt zu Beginn schon war, kommen dann hier wunderbar zur Geltung. Man kann das sich wunderbar anschauen. So, ich möchte jetzt aber Knoppix mal auf Festplatte installieren. Dazu gehe ich im Prinzip hier in das Startmenü auf Knoppix. Und dann gibt es hier Knoppix auf Flash kopieren. So, und dann kommen wir hier zu diesem, wenn ich jetzt hier größer mache, wird das dann dadurch besser. Nein, das wird nicht wirklich besser. Also, dass das Fenster hier sich verhält wie Gummi. Nette Spielerei. So, hier gibt es dann Installation auf Wechselmedien. Da kann ich zum Beispiel auf einem anderen USB-Stick oder so kopieren. Oder eben auf eine CD brennen. Von hier aus kann ich gleich direkt eine DVD oder eine CD brennen. Oder das, was ich jetzt möchte, Installation auf einer internen Festplatte erlauben. Einmal OK. So, jetzt muss ich die richtige Festplatte eben auswählen. Ganz wichtig. In dem Fall ist das die Veno Scorb, die 256 GB Festplatte. Die möchte ich haben. Da möchte ich jetzt Knoppix drauf installiert haben. Einmal weiter. Jetzt sucht er im Prinzip die Festplatte und wird feststellen, dass er die gefunden hat. Und bietet mir jetzt an, eine Minimal-Version von Knoppix eben auf diese Festplatte zu installieren. Also quasi das Knoppix-Basissystem ohne großartiger Software. Nur so die wichtigsten Programme. Sodass das eben auf CD-Größe, wie man das hier so ein bisschen erkennen kann, 700 MB, dass das da platzsparend installiert wird. Und soll eine Mini-Version jetzt installiert werden? Ich sage nein. Ich möchte keine Mini-Version. Ich möchte die vollständige DVD installiert haben. Also die vollen 4,4 GB. So, jetzt wird es interessant. Denn das kennen wir so von anderen Lenungsbetriebssystemen jetzt nicht. Normalerweise wird jetzt hier die Partitionen, kommt man ja sonst immer so zur Partitionsauswahl. EXT4 oder ButterFS und so weiter. Hier wird es ein bisschen anders gemacht. Und zwar wird hier Knoppix auf ein FAT32-System installiert. Vollständig. Mit einer Overlay-Partition für die ganzen Daten dann. Und da kann man jetzt ja auswählen. Möchte ich das ohne Overlay installieren? Dann wird das Ganze einfach auf ein FAT32-Partition installiert und ist dann nur Read-Only. Dann kann ich nur die Daten einlesen, aber kann nicht auf die Platte schreiben. Dann kann ich auswählen Installation auf FAT32 mit optionalem Overlay weniger als 4 GB. Da kann ich zum Beispiel auch auswählen, ich möchte nur 1 oder 2 GB Overlay-Partitionen haben. Oder eben vollständige Overlay-Partitionen. Da wird dann im Prinzip die ganze Festplatte genommen. Ich glaube, das sind dann 4 GB für FAT32 und der Rest dann komplett Overlay-Partitionen, was im Prinzip die beschreibbare Partition ist. Und diese wird formatiert mit dem Riser FS-Dateisystem. Ich klicke jetzt erstmal auf OK. So, möchten Sie Knoppix remastern? Hier empfehle ich auf jeden Fall Ja zu klicken, denn so werden die Netzwerkeinstellungen, die jetzt gerade genutzt werden, auch schon als Standardeinstellungen auf das Installationssystem geschrieben und nicht etwa die Standardeinstellungen, die auf der ISO drauf sind. Ja, zum Beispiel, das können Netzwerkeinstellungen sein, aber eben zum Beispiel auch Bookmarks. Für den Fall, dass ich jetzt zum Beispiel schon Persistenzvolumen habe und Passwörter schon irgendwo gespeichert habe, würde das jetzt gleich als Remaster mit auf das neue System übertragen werden. Und dann hätte ich jetzt kein nacktes System. Ich sage einfach Ja, sodass er zum Beispiel die Netzwerk- und Auflösungseinstellungen und so weiter alles schon übernimmt. So, hier bestätigt er, hier muss ich das nochmal bestätigen, soll diese Festplatte partitioniert und formatiert werden? Ich sage Ja. Und möchten Sie wirklich das tun? Ich sage Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Overlay-Partition. Das ist im Prinzip die beschreibbare Partition, die Permanent-Partition, wo ich dann Sachen auch schreiben und auslesen kann. Und hier kann ich dann nochmal die Größe festlegen, wie groß diese Partition dann sein soll. Mindestens sollte sie 400 Megabyte groß sein. Ich nehme aber wirklich den Regler ganz weit bis zum Anschlag nach rechts. Er soll die ganze Partition nehmen. Okay. Gut, dann heißt es jetzt einfach abwarten und Tee trinken. Je nachdem, wie schnell der Rechner ist, kann das wirklich eine Weile dauern. So 10 Minuten, aber das ist ja ganz normal. Das ist ja bei anderen Betriebssystemen auch so, dass das eben eine Weile dauert. So, während der Installation fragt mich Knoppix, ob ich denn die Overlay-Partition, also diese persistente Partition mit meinen persönlichen Daten, ob ich diese denn verschlüsseln möchte. Und das ist sehr, sehr wichtig, da ja eben diese Flash-Installation auch auf einem USB-Stick oder auch auf einem Notebook stattfinden kann. Und falls zum Beispiel ein USB-Stick verwendet wird, dieser kann ja rechtzügig abhanden kommen. Und wenn dann da jemand auf die Daten zugreifen kann, dann wäre das ziemlich schade. Und deswegen ist hier auf jeden Fall sehr zu empfehlen, ein Passwort festzulegen. Hier steht mindestens 8 Zeichen. So, unglücklicherweise kann man das Passwort hier sehen. Ja, die Buchstaben, das wird jetzt hier quasi nicht irgendwie ausgeblendet. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal, ja, ein Passwort eingeben. Ich nehme jetzt 8 Zeichen, einfach root, root. Das sind 8 Zeichen. Kann ich mir jetzt gut merken. Jetzt zum Testen reicht das. Du nimmst natürlich ein, ja, schweres, sicheres und kompliziertes Passwort für die Verschlüsselung. Jetzt muss ich es nochmal eingeben. Ja, super. Man kann es natürlich sehen. Jeder kann es sehen. So. So, jetzt wird die Overlay-Partition erzeugt und verschlüsselt. Und ist im Prinzip auch schon fertig. Das ging jetzt tatsächlich rucki-zucki. Sie können den Datenträger jetzt entfernen. Damit ist natürlich der Stick gemeint. Und ich werde das Ganze jetzt einmal starten. Gehe jetzt hier in den Neustart und werde den Stick auch rausziehen. Und dann schauen wir mal, ob das auch funktioniert hat. So, das sieht sehr gut aus. Ich drücke jetzt einfach nichts. Ich warte jetzt einfach ab. Und er sollte nach 3 bis 5 Sekunden automatisch jetzt im Prinzip das Knoppix starten. Jawohl. Das macht er jetzt auch. Ja, einfach nur damit du das siehst, dass das tatsächlich auch so funktioniert. So, und jetzt sind wir hier bei der verschlüsselten Partition. Knoppix-Data-Partition, dev-sda2, wurde gemountet und muss jetzt aber entsprechend entschlüsselt werden. Und wir hatten hier R-O-O-T, R-O-O-T, Enter. So, jetzt ist es entschlüsselt und jetzt wird es gestartet. Warum ist gerade das Entschlüsseln so wichtig? Also, wie du gesehen hast, es gibt ja hier keinen Benutzer. Es gibt nur den Standard-Benutzer Knoppix, aber es gibt eben keinen Benutzer-Account, kein User-Account in dem Sinne, wie man es von anderen Betriebssystemen kennt, wo man dann eben sich selber ein Passwort vergibt. Das gibt es hier nicht. Ja, hier gibt es nur den Standard-Knoppix-Account. Gut, so, wir sind jetzt drauf auf dem Knoppix-System. Das System ist jetzt fest installiert auf der Festplatte und ich öffne mal als allererstes hier mein Heimverzeichnis. Und da gibt es dann hier eben den ganz normalen Downloads-Ordner und mehr gibt es im Prinzip nicht. Noch den Desktop, weil ich ja hier einen Desktop habe, aber es gibt jetzt keine eigene Dateien, eigene Dokumente und so weiter. Das kann man aber gegebenenfalls anlegen, wenn man es denn möchte. So, hier bei Stammverzeichnis sind wir dann, ist es im Prinzip root. Sehr schön, das ist das Stammverzeichnis, finde ich sehr, sehr gut. Und unter Media, ich brauche hier übrigens immer nur einmal klicken, Doppelklick ist gar nicht notwendig. Und ich glaube, das war SDA2, genau das ist dann im Prinzip die, ja, die Overlay-Partition hier. Und meine anderen, die anderen Partitionen, die anderen Festplatten sind ebenfalls eingehängt. Das ist ja dann mein NAS-Server, die dann auch mit drin sind. So, wir werden jetzt mal ein Terminal holen. So, da haben wir die KDE Plasma, die K-Konsole quasi drin. Machen wir mal schön groß hier. Und mit LSBLK sehe ich das Ganze dann auch. Und hier haben wir dann SDA1 und hier ist SDA2, Knoppy Starter. Das ist die halt, so lautet die. Und hier sind dann die anderen Festplatten noch, die ebenfalls eingehängt sind. Und hier ist sogar ZRAM als 4 GB Swap mit eingehängt. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles Schönes installiert haben. Oder wir fangen mal an mit Rechtsklick Desktop-Einstellung. Ich will mal gucken, ob wir einen Desktop-Hintergrund ändern können. So ändern können wir es. Allerdings wird nicht allzu viel Hintergrundbilder wahrscheinlich verfügbar sein. Allerdings finde ich auf dem Mount, also MNT-System, auf der MNT-System-Partition Knoppy X, finde ich dann hier auch nochmal die Sheetcodes, Knoppy X-Sheetcodes. So, mal schauen, ich möchte in das Dateisystem. Und mal schauen, ob wir haben unter User. Share. Und dann gibt es normalerweise Backgrounds. Jawohl, haben wir. Okay, gibt es GNOME-Backgrounds. Und dann haben wir hier ein paar Standard-Gnome-Hintergrundbilder. Rechts sieht man die schon so ein bisschen. So ein kleines Vorschau- und Vorschaubild quasi von GNOME-Background. So liegt das mit ein bisschen zu viel Farbe. So, öffnen. Sehr gut. Und schon habe ich hier ein neues Hintergrundbild. Und dann kann ich natürlich auch ein eigenes Hintergrundbild mir festlegen. So, das lassen wir jetzt einfach mal. Das sieht sehr, sehr schick aus. Sehr, sehr cool. So, das sind dann halt die Desktop-Einstellungen, die man machen kann. Ansonsten kann man nicht allzu viel machen. Man kann hier noch Dateien anlegen auf dem Desktop im Prinzip. Da bin ich aber nicht so ein Fan von. Wir gucken mal, was hier unten alles zu finden ist. Wir haben hier unten noch Bildschirm-Einstellungen. Ups, jetzt habe ich da dreimal draufgeklickt. So, der Compass-Effekt, der wirkt natürlich immer noch die Spielerei. So, hier haben wir dann unseren Bildschirm. Hier kannst du dann bei Ausgabegerät dann deinen Bildschirm auswählen und dann entsprechend die Auflösung. Bei mir ist Full HD schon automatisch drin. Das hat er automatisch erkannt, da es sich ja hierbei um echte Hardware handelt. Möglicherweise, wenn du eine virtuelle Maschine verwendest, hat er das nicht erkannt. Dann kannst du das hier ändern und dann hier einfach bestätigen. Allerdings musst du die Konfiguration dann speichern und automatisch laden nach Start. So, was haben wir hier unten noch? Aumix steht hier. Das ist also ein Audio-Mixer im Prinzip. Sieht sehr minimalistisch aus und auch sehr altbacken. Okay. So, was haben wir hier noch? Das ist dann LibreOffice. Da gucken wir dann gleich. Es gibt hier noch Terminator. Terminator ist sehr, sehr hell. Mir fehlt jetzt das Wissen zur Nutzung von Terminator. Aber im Prinzip ist es auch ein ganz normales Terminal als Alternative zu Konsole. So, was haben wir hier noch? Dann das Datei-System oder den Datei-Manager. Den hatten wir eben schon gehabt. Da haben wir PC-Man-FM. Sehr gut. Und was haben wir sonst noch? Und hier unten ist noch der Standard-Browser und zwar Chromium-Browser. Also der, ja, ohne diese Google-Dienste. Und hier ist auch U-Block Origin schon als Standard-Add-on mit inkludiert. So, dass dann hier Werbung und so weiter alles schon ausgeschalten ist. Ich glaube, man muss es noch aktivieren. Ja, man muss es erst noch aktivieren. So, und dann ist es aktiviert und dann kriegt man keine Werbung mehr. Das ist also hier Standard-Browser Chromium. Gut, dann machen wir mal weiter und gehen jetzt hier unten hin bei Barrierefreiheit. Da haben wir dann ein Vorlesegerät, ein Lupen-Symbol und eben ein Maustool. So, unter Bildung wird es jetzt schon richtig spannend zu blinken. Das ist im Prinzip ein Spiel. Da leuchten halt immer Farben auf in einer Reihenfolge. Und man muss diese Reihenfolge sich einfach merken und dann entsprechend die Farben klicken. Sehr, sehr cool für Kinder, aber auch für einen selber zum Gedächtnistraining. So, dann haben wir noch diverse Programme. Wir Partituren editieren. Denemo nennt sich das. Das ist quasi eine quelloffene, freie, libre Alternative quasi zu Muse-Score. So, wie wir jetzt hier sehen, hat sich jetzt hier unten alles Mögliche geöffnet. Kann natürlich sein, dass das Ganze jetzt hier irgendwie nicht so richtig funktioniert oder abgeschmiert ist. Ah ja, jetzt funktioniert es. Okay, das brauchte also noch ein bisschen. So. Gut, ja, so sieht das Ganze dann aus. Und dann kann man dann, wer sich damit also auskennt, der kann dann hier Partituren schreiben. Also Noten, Musik komponieren. Super, okay. Ja, so Textmax, also ein Texteditor für wissenschaftliches Schreiben. Marvels Geografie. Viele KDE-Programme. Planetarium, zum Beispiel K-Stars. Turtles, also Spiele. Word Quiz wahrscheinlich für Vokabeln, genau. Tux Math ist mit dabei. Und was haben wir hier auch noch? Maxima, ein Programm für symbolische und numerische Berechnungen. Ja, also da ist alles mit dabei, was man eigentlich auch in der Uni gebrauchen könnte. Ja, und ich meine, der Herr Knopper, Klaus Knopper, ist ja Uni-Professor. So, unter Büro haben wir Kaliber mit dabei. Dann Ding, also ein Wörterbuch. Dann Evolution ist ein, ja, Termin-E-Mail-Client, wenn man es so sieht. Und Homebanking ist sehr, sehr cool, ist auch mit dabei. Finde ich sehr, sehr schön. Und natürlich die LibreOffice Bibliothek. Da wollen wir jetzt mal schnell drauf zugreifen. So, hier haben wir LibreOffice. Alles auch auf Deutsch. Und hier haben wir dann die Version 7042. Das ist meines Erachtens nicht das Neueste. Also, es gibt schon deutlich neuere Versionen jetzt von LibreOffice. Aber das ist dann, nehme ich mal an, auch die stabilste. So, unter Entwicklung haben wir ein paar Entwicklungsumgebungen, wie den Bluefish-Editor für, ja, für Web-Entwicklung. Dann Eclipse für Java. Java, für die Programmierung von Java. Emacs ist mit, genug Emacs ist mit drauf, als Terminal-Version oder auch als GUI-Version. Genie ist normalerweise bei Gnome mit dabei. Das ist diese Entwicklungsumgebung für Gnome. Sehr schön. Und hier gibt es ja noch Slicer, Compare, was im Prinzip eine Alternative zu Melt ist. Und Umbrello, so wie es aussieht, ist das für Modellierungssprache. So, unter Grafik haben wir auch eine ganze Menge mit dabei. Unter anderem die guten alten Verdächtigen, Blender, Gimp und auch einen Digital-Kamera-Browser. FreeCut ist mit drauf, eine Cut-Anwendung im Prinzip. Dann Inkscape ist ebenfalls mit dabei. Gwenview kennt man auch. Und Kribus, was eigentlich weniger, meines Erachtens weniger zu Grafik, eigentlich mehr als zu Büro gehört, da man hier im Prinzip ja Zeitschriften schreiben kann oder Zeitungartikel quasi. Gut, im Bereich Internet finden wir dann auch den Firefox. Wer dem Firefox, dem Chromium eben vorzieht, kann auch Firefox nutzen. Wir haben eine Bitcoin-Wallet von Electrum hier mit dabei. Die KDE Connect-Geschichte ist mit drauf. So, ja, der Conqueror-Browser, falls man den möchte. Aber ich nehme mal an, der wird einfach mit dem KDE Gear mitgeliefert. Deswegen ist er hier mit drauf. Putty SSH-Client ist mit dabei. Remina Fernverwaltung. Systemverwaltung und der Tor-Browser ist ebenfalls mit dabei. Unter dem Bereich Knopics gibt es hier einige administrative Sachen, die jetzt Knopics direkt betreffen. Das müssen nicht zwangsläufig Sachen sein, die jetzt von Klaus Knopper selber geschrieben wurden. Ein paar sind mit dabei, wie zum Beispiel Firewall, Desktop-Auswahl und so weiter und ein Terminal-Server für Remote-Knopics, was wahrscheinlich höchstwahrscheinlich einfach nur das Aktivieren des SSH-Servers ist. Dann, falls der Compass abgestürzt ist, kann man den hier neu starten. Das sind diese 3D- und Wobble-Effekte, die wir jetzt schon gesehen haben. Clam-AV, das ist ein Antiviren-Scanner. Und dann gibt es hier, ah ja, hier haben wir nochmal SSH-Server starten. Das ist also doch separat. Das ist anders als der Terminal-Server starten. So, dann kann man Knopics hier nochmal in einer virtuellen Maschine separat starten, den Tor-Proxy konfigurieren, falls man selber Proxy sein möchte. Und hier gibt es auch noch zusätzliche Programme installieren. So, da sind hier einige Programme, die noch nicht drauf sind, wie zum Beispiel XBMC. Das ist quasi Multimedia Center, so ähnlich wie Plex. OBS Studio ist hier mit drauf, kann man dann im Prinzip auch noch installieren, falls man das möchte. Der M-Player, das ist der, den ich immer gerne haben möchte, den werden wir jetzt einfach mal installieren. So, aus Spaß. G-Compris, eine komplette Lern-Suite für Kinder und Audacity, im Prinzip dieses Audio-Bearbeitungsprogramm, kann man auch nach installieren. Ich mache jetzt einfach mal M-Player, sage OK. Und dann sehen wir auch schon, holt er sich die Information direkt aus den Debian-Servern. So wie es aussieht, macht er gleich noch ein paar Updates. Also ich habe jetzt einfach nur die Installation ausgewählt für den M-Player und so wie es aussieht, es wird jetzt hier ein vollständiges System-Update noch parallel mit durchgeführt. Das macht er wahrscheinlich dann automatisch, wenn ich ein Programm installiere, dass er halt automatisch auch ein Upgrade, ein Full-Upgrade gleich mit durchführt. Das ist jetzt in Ordnung. Dann lassen wir den jetzt hier im Hintergrund einfach das Upgrade durchführen und dann gucken wir weiter, wie es hier so weitergeht. So, das war zusätzliche Programme installieren. Muss ich ja noch schnell was eintippen, einfach Enter drücken. Dienste bei Paket ohne Rückfrage neu starten. Das können wir auf jeden Fall machen. Hier in dem Falle, wer das nicht möchte, dass jetzt zum Beispiel die SSH-Verbindung gekappt wird oder ähnliches oder irgendein anderer Dienst neu gestartet wird automatisch, der kann dann einfach auf Nein klicken. Dann muss man die Dienste halt nach einem Upgrade manuell neu starten. So, dann gibt es hier eine Reihe von Spielen, bei denen man sich eben austoben kann. Viele sind halt diese Standard-Linux-Spiele, die man eben so kennt, wie hier Chromium, BSU, Blinken, hatten wir eben schon, aber auch Amagetron, dann K-Mines, Klotzki, das sind dann wahrscheinlich auch hier Tux Racer und so weiter. Hier kann man dann wirklich durchscrollen und hier ist für jene ein bisschen was dabei. Hier Tux Pack, ein Shuffle Pack mit Tux. Tux Racer ist tatsächlich gar nicht mit dabei, so wie es aussieht. Hm, kann man aber sicherlich nachinstallieren, wenn man das dann haben möchte. So, bei Systemwerkzeuge gibt es neben PCman.fm als Dateimanager noch Dolphin. Dolphin ist ja der Standard-Dateimanager für KDE. Ja, und das liegt halt daran, dass man ja hier bei Knopics zwischen verschiedenen Desktop-Umgebungen auch auswählen kann, unter anderem eben auch KDE und Gnome. Und wenn man jetzt KDE auswählt, dann wäre jetzt nicht PCman.fm der Standard-Dateiverwaltung, sondern eben Dolphin. So, Installation ist durch. Vielen Dank. Und deswegen ist das hier alles schon standardgemäß mit drauf. Da dann also nicht wundern. Also es ist wirklich sehr, sehr dolle, vollgepackt auch. So, dann haben wir noch Systemmonitor. GRSync haben wir zum Synchronisieren und Abgleichen von Daten von verschiedenen Ordnern. G-Parted hatten wir vorhin schon. Hier gibt es ein Fast-Forensic-Imager. GUIMAGER. H-Top ist direkt mit drauf. Da öffnet sich dann Terminator und dann sieht man dann, wie die Ressourcen, wie der Verbrauch ist. Hier sieht man schon, ich habe jetzt schon ein paar Sachen geöffnet und geschlossen und trotzdem sind wir noch unter 500 MB im Verbrauch, im RAM-Verbrauch. Also es ist wirklich ein unfassbar sparsames System. Sehr, sehr ressourcenschonend. Das liegt aber auch ein Stück weit an LXDE. Das ist ja die Desktop-Umgebung hier, die ja ohnehin auch sehr ressourcenschonend ist. So, machen wir mal weiter. Was haben wir noch? K-Konsole. Massenumbenennung haben wir hier. Midnight Commander. Wer also den Commander in der Konsole nutzen möchte, der kann diesen verwenden. Sehr, sehr beliebt auch immer noch. Sehr, sehr gut zum, gerade wenn es darum geht, Dateien von A nach B zu kopieren und zu verschieben. So haben wir PCman.fm, den Dateimanager. Den ist ja unser Standard hier. Systemüberwachung, Taskmanager gibt es. Terminator hatten wir schon. Tuna, Dateiverwaltung. Tuna ist der dritte Dateimanager. Jetzt neben PCman.fm und Dolphin ist Tuna eben hier. In dem Falle der Standard für Gnome. Zumindest für das Gnome, für Knopics, ist dann Tuna, der Standard Dateimanager. Dann gibt es noch Tiger, Unix Security Tool und XVKBD. Das ist zum, ich glaube, zum Einstellen von Tastaturbelegungen. So, unter Unterhaltungsmedien, das ist im Prinzip alles das, was mit Hören und Sehen zu tun haben. Audacity ist bereits schon drauf. Wir haben ein paar Zero-Brennprogramm. E-Book Speaker hatten wir eben bei Barrierefreiheit schon gehabt. So, was haben wir hier? Ein Media-Server-Web-User-Interface. Dann K3B, ein weiteres Brennprogramm. Caffeine ist quasi so was, wie das iTunes für Linus und Media-Player. Caden Live ist mit drauf. Ja, ein Videoschnittprogramm, eine quasi Alternative zu Adobe Premiere, wie man es so sieht. Kino ist mit drauf. Man kann auch hier Videos bearbeiten. K-Mix, Mediathek View. Da kann man dann aus öffentlichen Mediatheken die Sachen holen. Je nachdem, was dein Standort ist, kannst du dir entsprechend Deutschland, Österreich, die Schweiz oder eben aus der Europäischen Union die Sachen ziehen. So, hier unten sehen wir schon insgesamt 60.000, 80.000. Also, der zieht sich jetzt hier ja Informationen. Ja, und dann habe ich jetzt hier quasi die Möglichkeit, entsprechend mir Sachen auch anzuschauen. Kann ich hier zum Beispiel auch direkt nach einer Sendung suchen, wie zum Beispiel Terra X. Ah, der zeigt im Prinzip das Ergebnis schon an, während ich schreibe. So, dann kann ich mir hier eine, ja, Terra X Sendung im Prinzip einfach auswählen. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Player-Symbol. Ah ja, okay. Sehr gut. So, wir machen den Ton natürlich aus. Den hört ihr sowieso nicht. So, und im Prinzip wird das jetzt quasi live gestreamt, direkt von der, von dem 3SAT-Mediatheke-Server, hier unten einfach auf Play gedrückt. Ich hätte jetzt die Sendung auch herunterladen können, dann wird das, diese MP4-Datei heruntergeladen und dann kann ich mir die jetzt hier angucken. Ich will natürlich jetzt hier kein Copyright-Strike mir hier reinholen, aber im Prinzip in, äh, doch sehr, sehr guter Qualität kann man sich dann hier im Prinzip durch die Mediatheken, äh, ja, durchscrollen und das ist dann doch immer sehr, sehr angenehm, da hier der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk hier quasi auf einer Seite zur Verfügung steht und dann kann ich mir hier entsprechend die Sachen angucken, die mich tatsächlich interessieren, ohne dass ich dann immer zwischen diesen verschiedenen Mediatheken hin und her, äh, switchen muss. Sehr, sehr cool. So, dann gibt's Minitube. Minitube ist im Prinzip, ähm, ja, eine, einen YouTube-Browser, wenn man's so sieht. So, hier ist dann, äh, MPV, ne, der M-Player. Das ist quasi ein Player, der auch in der Konsole funktioniert. Das ist mein absoluter Favorit, mein absoluter Lieblingsplayer quasi, weil er so schlank, so einfach ist, äh, und wirklich super, super gut funktioniert. Den hatten wir ja gerade eben installiert. So, OpenShot Video Editor ist eine Alternative noch zu, äh, äh, Caden Live. Dann, äh, gibt's ja auch noch animierte Diashows kann man erstellen mit Fotofilmstrip. Lautstärkeregler, dann haben wir noch einen X-Ripper, also CDs rippen kann man hier, Sound Juicer ist ähnlich wie Ripper X. Dann gibt's ein Stop-Motion-Programm, man kann Stop-Motion, äh, Filme hier erstellen mit dem Programm. Und dann gibt's den VLC Media Player und TV Time Television Viewer. So, dann unter Wine gibt's eine ganz komplette Rubrik namens Wine. Da sind dann wahrscheinlich Sachen installiert, die über Wine quasi laufen, wie zum Beispiel den, äh, Microsoft Text Editor. So, da wird jetzt hier eine, äh, ja, ein Wine Emulator gestartet, oder beziehungsweise die Konfiguration, die erste Wine Konfiguration reingeschrieben. Und schon funktioniert das auch und da haben wir den klassischen, äh, Microsoft Editor. Wer den also wirklich bevorzugt, wer den schön findet, der kann den auch weiterhin benutzen, auch hier unter Knoppix. Speichern möchte ich das jetzt nicht. Sehr gut. Und, äh, hierüber kann man dann eben auch Wine-Applikationen installieren und, äh, steuern. Wenn ich jetzt hier auf Installieren gehe, kann ich mir dann hier ein Setup-Programm raussuchen, was ich denn so habe. Und dann kann ich das hierüber auch installieren lassen. Okay. So, dann gibt es noch Zubehör. So, Kompis Start, das sind halt die 3D-Effekte, die wir hier so sehen. Hier ist auch nochmal Emacs mit drin. Highlight zum Anzeigen von Datei-Informationen, Taschenrechner haben wir mit dabei. Äh, KeyPass X, das ist ein, äh, Passwort-Manager, der, äh, allerdings die Passwort-Datenbank eben lokal speichert. Das muss einem halt bewusst sein. Ja, da kann man hier eine, ja, eine Datenbank erstellen, eine Datenbank-Datei. Machen wir hier ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Hauptschlüssel. So, dann einmal auf OK. Und, ja, dann kann ich jetzt hier quasi loslegen und mir Passwörter entsprechend hier erstellen. Neuen Eintrag hinzufügen. Ja, wir machen mal eine Test. Benutzername ist Typ. Dann zum Beispiel mein Passwort. Dann die URL, wo im Prinzip der, äh, von der Webseite, wo das Passwort dann genutzt werden soll. Man kann sich übrigens auch ein Passwort generieren lassen. Einfach hier ein Passwort-Generator. Dann sieht das halt so aus. Ne, so eine Zahlen-Buchstaben-Folge. Man kann dann auch mit Sonderzeichen noch. Ja, das kann man eben auch machen. Und, äh, ja, dann kann man dann hier entsprechend seine Passwörter entsprechend abspeichern. Gut. Äh, dann speichern wir die Datenbank mal schnell ab. Das ist diese hier, die E-Pass, äh, DB quasi. Äh, ja, können wir hier einmal speichern. Neue Datenbank, so nennen wir sie. Und dann kann ich sie jetzt entsperren. Okay. Und hier wieder sperren. Ne, falls ich dann mal vom Platz gehe, gehe ich einfach hier auf Sperren und dann kann keiner auf meine Daten zugreifen. Hier oben, ne, einfach Datenbank sperren. Kann man sie dann nochmal speichern und eine Datenbank öffnen. Privat selber nutze ich BitOne als Online-Speicher wegen dem Add-on für Browser und so weiter. Das finde ich dann sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber da muss jeder gucken, wie er da selber am besten mit klarkommt, ne. Gut, was haben wir sonst noch? Floppy, Disk, Disketten formatieren, äh, Zwischenablageverwaltung, Crusader. Ja, aber Crusader ist quasi sowas wie der Midnight-Commando, nur als, äh, äh, Grafik, als grafische Oberfläche und ist tatsächlich auch so ein sehr, sehr heißer Tipp unter Linux-Enthusiasten, wenn es eben darum geht, äh, eine ordentliche Dateiverwaltung zu benutzen. Also wer da wirklich was wirklich Cooles haben möchte, was Sinnvolles, der, äh, dem kann ich hier Crusader sehr empfehlen und sehr ans Herz legen. Dann haben wir hier nochmal LeafPad, das ist ebenfalls ein ganz einfacher Text-Editor. Midnight-Commander haben wir, nochmal einen Taschenrechner. Vim ist schon mit drauf installiert, das ist auch sehr, sehr schön. und noch ein Journal, X-Journal quasi. Und dann zum Schluss gibt es noch die Einstellungen, da kann man dann im Prinzip die Systemeinstellungen dann entsprechend vornehmen, man kann Benutzer und Gruppen hinzufügen. Wenn man das dann haben möchte, ein Bildschirmschoner, kann man hier entsprechend starten und einstellen. So, dann gibt es hier noch Erscheinungsbild anpassen, wem also dieses, ja, äh, Lookalike von, dieses Windows-Lookalike quasi nicht gefällt, so, der kann dann halt auch auf das moderne Clearlooks zum Beispiel so umsteigen oder eben was anderes hier auswählen, was ihm eben am besten gefällt. Ja, das Clearlooks ist eigentlich ganz, ganz cool, das kann man jetzt so einfach mal anwenden und das sieht dann alles ein bisschen schicker aus. Man kann hier Farbschema entsprechend noch auswählen, dann kann man hier auch die Breeze-Icons nutzen, das sind ja die Standard-Icons für KDE-Plasma oder auch die klassischen Gnome-Icons, die ja heute eher für den Mate-Desktop sind, ne, das ist dann dieses Gnome 2, hat weiter das aber auch in Ordnung, genauso wie mit der Mauszeiger und der Schrift. Ich lasse das jetzt einfach so, gehe auf Anwenden und Schließen und dann haben wir hier wirklich modern und ich kann auch hier unten bei der Leiste die Leisteneinstellung noch machen und dann kann ich hier ebenfalls das Erscheinungsbild auch nochmal entsprechend ändern und zum Beispiel auch das Symbol hier und die Größe und die Erweiterung und so weiter kann ich mir hier unten die Leiste auch nochmal so hin konfigurieren, wie ich das denn haben möchte. So, grundsätzlich handelt es sich bei einem Knoppix-System eben um einen Fork oder ja um eine auf Debian basierte Betriebsumgebung das heißt der apt-Paketmanager sollte als Standard-Paketmanager funktionieren und das da schauen wir uns mal an mit sudo update ob das funktioniert ohne Passwort das funktioniert tatsächlich kann jetzt hier also ein Update durchführen und hier kommt dann im Prinzip ein Fehler das security debian org ebenso in der Form keine Release-Datei mehr enthält und hier sehen wir auch 404 not found das heißt security debian org scheint es nicht zu geben nicht dieses Repository ist aber überhaupt nicht so schlimm dennoch können wir sudo apt und dann zum Beispiel full minus upgrade mal durchführen so hier werden dann Pakete automatisch entfernt die schon automatisch installiert wurden das ist natürlich eine ganze Menge weil natürlich das System sich in diesen ja zwei Jahren wie das System jetzt hier schon alt ist natürlich auch geändert hat sind einige Sachen neu erstellt worden andere sind obsolet geworden wurden durch neue Dateien und Programme ersetzt und deswegen kann im Prinzip ein upgrade ein full upgrade auch durchaus im Moment dauern so leider gab es bei der Installation ein paar Fehler die ich leider nicht lösen konnte bezüglich User Merge das lässt sich irgendwie nicht aktualisieren ich habe jetzt auch Synaptics Paketverwaltung mal installiert und versucht das einfach die Aktualisierung von User Merge zu überspringen dann das wird aber nichts also der Fehler bleibt also der muss das irgendwie installieren und aktualisieren ja deswegen funktioniert die Aktualisierung leider nicht ich kann mir vorstellen das liegt auch einfach daran dass die Pakete die hier drauf sind und aktualisiert werden sollen insgesamt auch einfach viel zu alt schon sind also das darf man auch nicht vergessen möglicherweise vielleicht mit einer neuesten Knopics Version wird das Ganze dann ein wenig besser wie dem auch sei dann lassen wir das Ganze jetzt mal so wie es ist so bedauerlicherweise konnte ich nach dem Update auch oder nach dem Update Versuch auch Knopics nicht mehr starten das hat überhaupt nicht mehr geklappt also weder vom Stick noch vom von der Festplatte also da war dann einfach nur noch schwarzer Bildschirm irgendwas muss da schiefgelaufen sein ist aber gar nicht so schlimm grundsätzlich können wir doch ein kleines Fazit machen also Knopics ist wunderbar als Live ISO zu empfehlen für den Stick aber auch für die CD da im Prinzip sämtliche Programme drauf sind die man eben so braucht und es lässt sich hervorragend dann nutzen auch für unterwegs und für die Uni ist im Prinzip komplett für alles für jeden was dabei installieren lässt sich das System eben auch dann allerdings als FAT32 und zusätzlichen Overlay also eine ganz besondere Konfiguration der Festplatten ist hier notwendig und dann läuft das erstmal grundsätzlich auch ziemlich flüssig problematisch wird es dann höchstens bei den Abhängigkeiten gerade das Problem was ich hatte mit dem User Merge das liegt halt daran dass es keinen Benutzer Account irgendwie gibt oder so irgendwie so konnte ich mir das dann rauslesen und möglicherweise auch als die ISO einfach auch schon zu alt also die Programme die eben drauf sind vielleicht wird es ja mit der neuen Knopics Version Version 9.3 dann etwas besser auch mit dem Update und dann lässt sich dieses System sicherlich auch hervorragend dann wieder updaten ja das ist ein Klassiker Knopics von Anfang an dabei im Prinzip ein Urgestein der Linux Geschichte und bis heute wird das Ganze auch noch schön gepflegt von dem Herrn Knopper vom Professor Knopper quasi der da sich wirklich doll ins Zeug legt vielleicht hast du ja Knopics auch schon als Live Betriebssystem oder sogar als Daily Driver verwendet für deine Uni oder überhaupt privat lass es mich gerne mal wissen unten in den Kommentaren aber was weiß ich schon ich bin ja nur so ein Typ im Internet